hallo hallo und herzlich willkommen zu einem neuen projekt namens wailands schön dass ihr wieder eingestellt hat neben mir die mega erfolgreiche und doch sympathische kleine xialin hey ich bin erfolgreich okay und neben mir sitzt der noch erfolgreichere und noch viel größere riesengroße mega große xarok vielen dank dass ihr eingestellt habt und zwar heute ein wunderschönes neues projekt das für uns auf der gamescom ergattern konnten und zwar haben wir zwei keys bekommen für die alpha und natürlich darüber hinaus und dieses spiel glaube ich wird mega interessant für unsere community denn es hat eine gewisse ähnlichkeit aber ich möchte nicht zu viel verraten und möchte mit euch erstmal ein paar kleine sachen durchgehen nämlich die einstellung man kann mega viel coole sachen einstellen audio controls ist übrigens kann man das mit einem gamepad spielen also mit dem joypad richtig cool wer es satt hat mit einer tastatur zu spielen kann hier mit dem gamepad spielen natürlich jede menge grafische einstellungen und was richtig cool ist es gibt ein man kann im solo spielen und im multiplayer und es ist nicht so wie bei scrap mechanic oder sowas sondern wir können hier eine wunderschöne welt hosten mit passwort und allen drum dran und hier sieht man auch schon gleich postest du jetzt eine welt es gibt auch gleich alles gut brauchst du nach poste mal okay und ja es gibt einen kreativen modus also spricht der wirklich nur in kreativen modus abhandelt wird und ein erkundungsmodus oder modi wo wir ja wo man halt mehr so hat und es soll noch viele weitere spiel modis folgen ja ich weiß nicht ich finde wir werden einfach gleich mal den survival mode aus okay nicht den kreativen mode und da darf man sich erst mal einen wunderschönen charakter stellen schon dazu kommen nein darfst du noch nicht ach so ich muss erst fertig machen jetzt einfach maxa rock und man kann ja in 100 jahren wahrscheinlich man kann ihre köpfe aussuchen dann kann man hier haartypen aussuchen also wirklich voll cool dann natürlich auch haarfarbe dann hautfarbe so und ja man sieht auch schon es gibt klamotten die man sich im spiel frei arbeiten kann also erarbeiten kann also mega cool oder man drückt einfach random und dann kriegt man irgendwie so einen zufälligen charakter so spielen genau da kann man auch den namen der location im namen der location geben ich nenne jetzt einfach hashtag san kiana so und drück auf ok so jetzt kannst du auf multiplayer klinken liebe ich kann das genau und ich weiß nicht wann er dann mich anzeigt aber irgendwann müsste er dann mal was anzeigen so die welt wird zufällig generiert also ich spreche es gibt keine welt die sich ähnelt man kann eigentlich so ein bisschen sagen es hat eine ähnlichkeit von ja astro nie genau von der opfer und von von der landschaft her so jetzt kann man hier auch einstellen wie viele spiele momentan maximal zehn spieler aber es sollen später noch mehr geben lokal multiplayer kann man hier einstellen ja oder nein und natürlich darf man auch ein passwort eingeben ich mache jetzt ja aber maxa rock und später gibt es dann auch verschiedene rollen die man einstellen kann die dann benötigt werden zum beispiel farmer oder erbauer soldat was auch immer also das soll noch ganz viel kommen so jetzt müsste ich eigentlich drin stehen müsstest du mal auf refresh bitte kippen schauen wir mal ob das jetzt auf anhieb funktioniert wahrscheinlich nicht schauen wir mal da verstehe ich genau jetzt kannst du joinen ich zeig schon mal hier drin ein bisschen den charakter also man kann alles was man sieht pflücken und einsammeln also man sieht auch jede menge tiere es gibt böse tiere es gibt nette tiere man kann die ganze welt verändern also sprich man hat später auch tools um die welt zu verändern man muss natürlich auch essen man kann sterben man kann sehr viele sachen kreieren also ein bisschen eigentlich so eine mischung aus total vielen spielen also astroneer scrap mechanic dazu kommen wir gleich und arg also wirklich eine super coole mischung und man sieht auch hier gleich mit wasser hier kann ich jetzt auch essen und ja also wirklich mega geil und ja man kann auch in die ego-perspektive gehen wenn man lieber eine ego spielt oder in third person je nachdem und ja was gibt es noch zu erzählen das ist das inventar da bin ich auch dabei hier die entwickler jetzt anzuschreiben ich finde das ist ein bisschen zu klein geraten ich finde das könnte ein stück größer sein wenn man doch ein bisschen sucht und da gibt es hier ein crafting buch da sieht man dann zum beispiel was man kräften kann hier zum beispiel was man am essen kräften kann was man an gebäude kräften kann was man an werkzeuge kräften kann pflanzen kleidung möbel gibt es und äh utensilien also es gibt ganz viel also wenn ich wenn ich euch mal da links da ist sie die kleidixierlin wenn ich euch mal dann irgendwann kreativen modus zeige dann werde ich euch wundern wie viel gegenstände es in diesem spiel gibt und das ist wirklich phänomenal die haben mich ignoriert ja nein ich war ja gerade am reden ich ignoriere dich nicht so hallo liebe kleidixierlin schöne haare hast du hallo ja meine mami hat mich einfach gemacht glaube weil du schon früh gesagt hast pferde pferde kann man reiten kann man nicht rennen doch kann man wie denn weiß ich nicht aber ich habe schon gesehen es gibt auch fahrzeuge boote flugzeuge also man kann alles mögliche basteln und erbauen und das schon in der alpha also das ist wirklich phänomenal was man hier schon in der alpha geboten bekommt ja kann man jagen oder essen das spiel wird es auch auf deutsch geben aktuell englisch japanisch russisch und russisch glaube ich war es noch russisch die spielhersteller sind in deutschland sehr vertreten also das wird es auch auf jeden fall dann auf deutsch geben aber so grundkenntnisse hier Spenade ich mag doch gar keine Spenade genau mit links haust du mit rechts pflückst du achso ja genau muss ich erst hauen und dann pflücken oder gleich pflücken ah genau kleine sachen kann man gleich pflücken also hier sieht man zum beispiel auch äh hier so ein strauch da gibt es so beeren die man pflücken kann und schon ist er weg ah da die kann man dann natürlich auch essen nyam 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 also ich weiß nicht genau wie das ist mit mit hunger oh ich habe was angepflanzt so schön da der kleine hund der da der kleine knuppel da ja mit gras gepflanzt ja interessant kann ich dann dich auch hauen äh ja pvp wird es geben also ich weiß jetzt nicht ob wir jetzt uns kann ich habe ich dir wie getan damit haue ich mal ja ich glaube schon also wie haue ich einfach eins einmal drücken dann nimmst du deine hände in die hand oder du kannst auch mit dem stock hauen nimmst du deine hände in die hand äh ja nein so ja genau also ich habe ich habe schaden gekriegt so f1 gibt es übrigens das buch was eine erklärt wie das spiel funktioniert also man sieht hier auch schon Pinguine ja also ist genau das ist auch es gibt jede menge verschiedene äh wie nennt man das ähm klimazonen genau also es gibt wüste es gibt tuntra es gibt ähm äh es gibt äh was gibt es noch äh fjords gibt es also es gibt ganz viele felsig also es gibt ganz viele äh verschiedene äh methoden genau also hier sieht man auch wie sachen platziert wird auch das bauen haben sie wirklich wirklich sehr gut gemacht dazu kommen aber gleich noch Alchemie wird es geben hier steht schon was wie wie man Pferde reiten kann ähm du musst ein Pferd füttern und dann erzählst du es damit und dann kannst du es auch reiten hier sieht man zum Beispiel Boote man kann zu anderen Inseln fahren also die ich habe meine ganz große Map erstellt und äh ich bin nicht ans Ende gekommen also das ist wirklich krass ähm Strom wird es geben also ja ich habe es mit Gras gehauen wie fütter ich es denn nein also es ist ganz viel also wirklich äh phänomenal das Spiel also wirklich hammermäßig ich glaube das wird eins meiner Lieblingsspiele ich will das Pferd ich will es füttern aber ich kann es mal hauen du hast wahrscheinlich nichts zu füttern guck mal ja ich weiß nicht was ich will es nicht Gras guck mal ich äh guck mal ich hab hier mal dir was fallen lassen hier so Bären da hier die da versuch mal versuch mal das Pferd mit dem Bären ja jetzt läuft es weg weil es Angst vor dir hat das verstehe ich ja ehrlich gesagt da was liegt denn da hinten ja das ist weiß ich noch nicht so genau das sieht so ein bisschen wie Strom machen muss aber was genau das ist weiß ich ehrlich gesagt gar nicht also ich hab auch noch nicht viel gespielt ich hab nur mal reingeschaut das sind ja älter Bären ich glaube es hat Angst vor den Bären naja das wird es sein also ich sehe auf jeden Fall dass wir auf einer sehr kleinen Insel sind bist du ein Blümchen bist du ein Blümchen wie hast du Angst vor mir weil ich dich gehauen habe oh nein die Erlin ist so traurig ja vielleicht lächst du es ein bisschen in Ruhe und dann vielleicht später Bärchen sei mein Freund naja oben so äh ok also das ist nicht also man kann äh ne sehr schöne Mischung in diesem Spiel äh draus machen also man kann sagen ja die Mischung ist äh Astronir äh bisschen Scrap Mechanic Scrap Mechanic kann man nicht wirklich sagen weil man ja nur im kreativen Moodle eigentlich bei Scrap Mechanic hinkommt mal wie sie leiser machen ich hab das Gefühl dass das Spiel zu laut ist ich hab eben gar kein Ton das gar kein Ton ist aber schade so jetzt werde ich werde ich mal versuchen hier mal was zu basteln also irgendwann mal so äh vielleicht mal so eine Axt oder Kleidung wäre vielleicht auch nicht schlecht hier Steinachs dann wenn man hier so draufklickt dann sieht man was man braucht und was man schon hat also holzhaftig ich brauche eine ja ein Seil das habe ich hier gesehen Seile gibt es hier da brauchen wir ein bisschen Gras und dann kommen wir hier kräften und dann ja kräfte der alte Zeug so dann haben wir ja hier schon mal warum man nur noch Steine ich weiß nicht das Schöne ist natürlich wenn man auf so einer kleinen Insel man findet sie schnell das ist gut was blinkt da hinten das sieht aus als würde was aus dem Boden schießen ich weiß es nicht ja soll ich mal probieren mit Zähmen dann versuchen mal hier jetzt steht da Fiet so ich habe ich habe ihn jetzt gefüttert ich habe das selber gegessen nein ich habe ihn gefüttert da stand Fiet jetzt habe ich es gehauen warte ich lese mal F1 wie war das äh Horse Riding äh Mount and this Mount mit Rechtsklick weil sie jetzt nicht irgendwie haut es jetzt auch vor mir ab aber ich habe es definitiv gefüttert also das das stand ja da viel und dann habe ich füttern geklickt hey kleiner es läuft was ist das hier äh Painting Kit aha oh da kannst du es malen scheinbar ja ohne Ente ha ha ich probiere jetzt mal glatt aus jetzt habe ich es eingesammelt cool was habe ich denn hier gefunden was ist denn das Blooming Magic Bush cool ich kann mich auf den Stuhl setzen oh oh also musst du ein bisschen gucken ich habe jetzt so keine Feinde hier gesehen als das erste Mal wo ich auf eine Map gegangen bin da war dann direkt einfach mal so geschmeidig äh da war so ein böse Wolf der mich dann über die ganze Welt gejagt hat und ich hatte nicht so wirklich eine Ausweichmöglichkeit ich bin auch mal gespannt wie das mit dem Wachstum der Pflanzen ist was passiert wenn man zum Beispiel einfach jeden Baum umfällt wächst dann kein Baum mehr das könnte natürlich passieren wo bist du denn ähm such mich mal ähm ähm gibt es eine Map ne gibt es leider nicht schade das wäre cool die Skate rücken hier ah nicht auf der anderen Seite es gibt Tag und Nacht also das gibt es ja I'm hungry echt steht da oder was ah ok also man muss auch definitiv essen ok also sonst ich weiß auch nicht was passiert wenn man stirbt ich hab keine Ahnung wahrscheinlich spawnt man neu oder so nur ohne dem Zeug was man halt gesammelt hat da unten bin ich bei dem Felsen ah da dann komm ich mal hin da kann man laufen und craften ne das geht nicht ok was hast du denn da auf dem Kopf ne guck mal das sieht ja geil aus ich bin der Pils ist ja cool wo hast du den Ding gefunden der lag auf dem Felsen ok ich hoffe dass das der dich nicht krank macht ich weiß nicht du hast reingebissen kann es sein da fehlt ein Stück ja stimmt kann ich noch an dir nuckeln oder ich weiß nicht hier ich nuckel so gerne an dir ach ja das klang bald ja stimmt da kommen so Funken raus keine Ahnung was genau das bedeutet und der lag da hinten auf dem Blooming Magic Busch Busch boh ich hab jetzt hier irgendwie was eingesammelt also es gibt extrem viele Sachen Leute also das könnt ihr euch nicht vorstellen was es schon in der Alpha an Zeug gibt das ist unbeschreiblich also ich will gar nicht was hast du denn jetzt da schon wieder ist das mein Pils ich hab einen Stein genommen mein Pils ist weg was hast du gemacht damit nein ich hab gar nichts damit gemacht was habe ich damit gemacht dann hast du wahrscheinlich gegessen oh 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 ich sag sie das wenn ich nicht mehr hungrig so tick 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 das letzte jetzt habe ich irgendwo ich bin ja auch immer ein bisschen am gucken wie das System wie das hier alles funktioniert also man kann jetzt ah jetzt habe ich die Aktion ich fühle mich wieder wie ein Scrap mit Kärdigt so keine Ahnung Ja, genau! Das ist schon irgendwie schön. Und vor allem sind wir einer der Ersten, die dieses Spiel spielen. Das ist schon echt krass. Ich fühl mich neu. So, ich kann jetzt hier... Was heißt ein Collect? Okay. Achso, jetzt mach ich nur die Äste ab. Aha. Ah, jetzt fällt der Baum um. Oh, oh. Okay, und jetzt? Ah, ich hab's tatsächlich gegessen. Jetzt hab ich schon wieder einen kleinen Kitz gegessen. Achso, ich muss jetzt den gefällten Baum weiter bearbeiten, wenn ich das richtig... Ah, oh! Au, nicht Milch! Ah, okay. Ach, guck mal, jetzt liegt das ganze Zeug hier so. Das kann man jetzt alles einsammeln. Jetzt hab ich plötzlich Polze auf meinem Boden. Was ist Rosine? Hm? Ich weiß nicht, das stimmt. Rosine? Nee, warte. Äh, hier, das hier. Rosine. Oh Gott, keine Ahnung, was das ist. Wäre jetzt ehrlich gesagt, an. Das halt, da freu ich mich natürlich, wenn das Spiel dann auf Deutsch ist. Weil, äh, so... Ich bin zwar nicht perfekt in Englisch, aber sowieso Grundsachen kann ich. Aber wenn das dann hier sowas wird, wie Rosine oder... Oh, Art Barg, das könnte vielleicht Rinde sein. Ja, wahrscheinlich... Oder so Harz oder irgendwie sowas, weil das von Baum war. Oh, das ist die Eiche, dann ist das wahrscheinlich die Eichenrinde oder so. Ah, das ist Resin oder wie auch immer man das so ausspricht. Das Harz. Ja, sieht auch so ein bisschen so aus, ne? Harz und Rinde, klingt logisch. Ja. So, jetzt gehen wir mal... Ich, ich, äh, will jetzt ein bisschen so... Hier für dich vielleicht nochmal so eine Axt auch herstellen. Oder so einen Hammer oder so. Setz ihn gerne. Hammer, Messer, Bogen. Stone Maze. Ach, das ist wahrscheinlich die Spitzhacke. Stone Pick. Mmh, Blackberries. Fucker. Ich hab meinen Hut, ich bin glücklich. Das ist gut. Ich, ich, ich mach dir einfach mal eine Axt. Oh, gehen wir ans Wasser. Ja, das kann man... Hier gibt's Wasser. Hier gibt's Kleidung. Oh, ein Schwein. Ein Schwein. Also da braucht man jede Menge Ringe. Ah, guck mal mit so ein... Den kannst du aufsetzen. Ah, mit so zwei, zehn Toast-Tool. Also mit zehn Pilzen kann ich mir so einen großen... Aha. Aha. Ich hab ihn gefunden. Schau mal. Ja. Auf der Gamescom wurde einer von so einem Schwein angegriffen, glaube ich. Ja, ich... Das ist immerhin ein Wildschwein. Also ich wäre da jetzt A-vorsichtig. Oh, was haben wir jetzt? Ist das Trüffel? Ist das Trüffel-Fleinchen? Grütze. Trüffel. Ach, Trüffel. Ach, Trüffel. Gibt's eigentlich ein Limit, was man tragen kann, soweit ich jetzt sehe? Das ist mehr Licht, das finde ich gut. Ich finde nichts schlimmer, als wie wenn man nur eine begrenzte Anzahl mit rumschleppen kann. Weil das logisch ist. Ja, es ist logisch. Ich will jetzt... Komm, komm, komm. Ins Wasser? Ja. Wo bist du denn? Äh, rechts von dir, glaube ich. Da unten. Da ist ja schon wieder ein Schwein. Ne, da bist du nicht. Halt, dreh dich um. Ich hab dich gesehen. Dreh dich um. Ich hab da, glaube ich, einen Gartenzong gefunden. Naja, gut. Ja, da war ein Gartenzong. Wo bist du denn? Ah, da. Ja, empfiehlt's. Ich hab doch extra einen roten Hut auf, damit du mich beziehst. Ja, das stimmt. Oh, was ist das? Was meinst du? Oh, ein leeres Elfen. Empty Bird. Nicht Angry Bird. Nicht Angry. Ein leeres Nest, Mensch. Oh, guck mal, der Baum sieht kaputt aus. Den kann nicht fällen. Warte, den will ich noch fällen. Ich weiß ja, wo ich bin. Ich bin am Wasser. Ja. Wir können... Eine Muschel. Ich hab eine Muschel gefunden. Wollen wir unser Lager am Wasser bauen? Ja, bitte. Schon, oder? Wir bauen Lager cool. Ja, schon. So mit Lagerfeuer und so, oder? Man kann ja auch Häuser bauen und... Also, alles Mögliche kann man bauen. Das sind keine Grenzen gesetzt. Also, das ist... So von den Blöcken her ist das so ein bisschen wie Scrap Mechanic, nur ein bisschen vielfältiger. Ich glaub, ich sammle gerade eben die. So eine Koralle. Und ein Äußer. Was auch immer ein Äußer ist. Ich weiß nicht, was ist ein Äußer? Ich weiß nicht. Aber ich seh den Siegel da. Das könnte ein Äußer sein. Guck mal, ins Wasser. Guck mal, die einsammeln, oder? Ja. Komm, guck mal alle. Wow. Ich... Ich hab Angst, noch alles zu nehmen, irgendwie, weil ich... Irgendwie das Gefühl hab, ich... Oh, ich verschwör. Oh, mir ist kalt. Wow, ich bin cold. Kann man tauchen? Oh, mit Schiff kann man tauchen. Wow, geil. Guck mal, wie das aussieht hier unten. Ja, ich versuch's. Oh, schön. Aber man darf die Luft nicht vergessen. Aber ich da hinten... Oh, ich sah auch. Ich habe... Beim ersten Dings habe ich Haie gesehen, also... What? Weil da gibt's dann bestimmt so Tauchausrüstung und sowas. Damit man länger unter Wasser tauchen kann. Also ich glaub, das Spiel wird echt mega, also das... Da krieg ich Gänsehaut, wenn ich da dran denke. Also ich gehe jetzt mal wieder raus. Oh, ein Freezing. Ich... Ich mache uns mal im Vorjahr. Oh, ja. Ich mache uns hier mal so ein richtig schönes Feuer. Was ist das da links steht, dieses fette Felder? Ich weiß es nicht. Müssen wir uns mal anschauen. Einmal in dem Felsen, schau mal, das sind wir voll geschützt. Das ist super. Ja, du hast recht, das ist wirklich schön. Dann kann man mit dem Rücken so zur Wand hin sitzen. Dann ist man voll geschützt. Ja. Ich wollte mich anlegen. Kann man sich hinsetzen? Oh, das finde ich schön. Was? Kann man sich hinsetzen? Ich weiß es nicht. Also wenn man einen Stuhl hat, kann man sich hinsetzen, habe ich gemerkt. Aber ob man sich auf den Boden setzen kann, das weiß ich nicht. Okay, also Lagerfeuer wollen wir mal. Mal gucken, wie ich was finde. Hier, Campfire. Was ist das? Das ist irgendwie beides dasselbe. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Bonefire. Okay, nimm mal einfach mal das hier. So, und jetzt, äh, was? Switched Item Variante. Kann man mal nicht ändern. G kann man, ah, mit G kann man es drehen. Okay. Und H kann man dann, ah ne mit G. Achso, da kann man auch noch die Höhe. Gut. Oben macht natürlich kein Sinn. Nein. Das funktioniert auch nicht. So. Achso, und dann gibt es noch Kuh. Möben. Und Z, beziehungsweise Y. So, und jetzt drücke ich einfach mit linker Maustaste und dann ist es platziert. Aha. So, und was steht da jetzt? Interactive. Und was bedeutet das, die Zeit dauert? Das weiß ich nicht. Ah, jetzt kann man hier drin kochen. Aha. Ah, nein. Gezündet. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn man jetzt was reintut. Ah, jetzt ist es da drin. Okay, und, und. Jetzt habe ich da noch Külse rein. Ja, aber. Ich weiß auch nicht. Man kann dann das Feuer auch upgraden. Ich weiß nicht, da läuft so eine Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht muss eine gewisse Zeit das Feuer da stehen, bevor es brennt. Ich weiß es nicht. Oder man muss es anfangen mit Flint oder so. Oh, ja, du hast es kaputt gemacht. Nee, das funktioniert nicht. Das war nichts. Dann mache ich nochmal ein neues Feuer. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir warten einfach mal die zwei Minuten ab, keine Ahnung. Ja, vielleicht gucken wir das. So, dann schaue ich mal nach. Aber es wird langsam dunkel, ne? Also, ich habe das Gefühl, es wird dunkler. Ich bin aber nicht sicher. Ja, vielleicht hast du recht. Guck mal, wir können jetzt hier schon mal gucken. Spinat anpflanzen. Hast du Sachen zum Pflanzen, oder was? Spinat. Okay. Okay, ich brauche Seile für unsere ersten Klamotten. Gras. Und Grassamen. Was brauchen wir da noch? Gras. Also, ich brauche ganz viel Gras, scheinbar. Okay. Na, wir brauchen noch Menno. Schuhe gibt es. Helme natürlich. Ja, okay, okay. Also, ich kann, ich kann, guck mal, ich, äh, ich, äh, ich, das sieht ja lustig aus. Oh, ist die für mich, die Blume? Ja, so in etwa. Ähm. Das sieht aus, als hätte ich hier überall hingekackt, aber das stimmt gar nicht. Guck mal, ich, ich habe dir hier ein Höchstchen hingelegt. Bin ich hier zu nackig? Na, ich habe Angst, dass du krank wirst. Ohhhh. Ja, so bin ich. Das ist das hier eigentlich. Aber bei, ich werde nicht, es ist jetzt ausversichtlich. Bitte nicht essen. Okay, Equip. Ich glaube, man kann es nicht essen. Nee, ich glaube, man kann es echt nicht essen. Oh, schau mal, wie ich aussehe. Wie süß. Oh, guck, du bist es dir. Vor allem mit dem Hut. Verliert diesen Hut bitte nicht. Ja, sie sind nicht auf. Ja, genau, nicht aufessen. Nein, du darfst sie nicht aufessen. Nein. Du hast schon einmal dran geknämmert. Ich, ich stehe nicht so auf Pilze. Ohhhh. Guck mal, ich, ich könnte jetzt hier noch ein, äh, ein T-Shirt geben. Hier, schau mal, für dich. Und ein T-Shirt. Oh, man kann die Filsen ja kleiner machen hier. Ja, ja, man kann, man kann die Landschaft, äh... Oh nein. Ich wusste nicht, dass es ja... Es gibt auch Schaufeln dann. Aha. Da kann man dann auch, äh, graben, graben oder Hügel, hügel. Wo ist dein T-Shirt? Ich muss mir noch eins machen. Ja, toll. Brauchst du Gras? Ich weiß nicht, wie, wie das mit dem Feuer ist. Ich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht es auch automatisch an. Ich, da schau, ich hab... Guck mal, oh, guck mal, warte mal. Ich glaube, gerade geht die Sonne unter oder auf. Irgendwas von beiden passiert gerade. Ich glaube, die Sonne geht gerade auf, oder? Da hinten. Nee, sie geht unter. Oh, das haben sie aber cool gemacht, dann so, dass die Lichtstrahlen so gebündelt sind. Ja, schau mich im Gras hinbelebt. Oh, das ist aber mega viel. Cool, dann kann ich mir jetzt ein T-Shirt machen. Ich glaube, ich habe noch mehr Gras. Warte mal. Ja. Kann man irgendwie alles auf einmal droppen? Ja, wenn... Ich glaube, wenn du es komplett rausziehst, geht es. Ah. Was brauche ich ein T-Shirt, gell? Nee, das ist Einzündung. Wie ist es dann irgendwie... Ah, okay. Ah, wenn man mit Steuerung, dann kann man alle auswählen. Okay. Gott, wie ich aussehe. Oh, guck mal, das haben sie aber schön gemacht. Jetzt wird es so dunstig. Oh. Oh Gott, die Schatten gruselig. Das ist ja wie in Don't Starve. Ja. Hast du das Gras genommen? Ja, habe ich genommen. Hast du vielleicht auch noch so Rinde? Dann könnte ich uns ein paar Schuhchen machen. Rinder? Ich glaube, ich habe Muscheln. Na, daraus kann ich keine Schuhe machen. Und Hei habe ich. Hei. Das spießt mich jetzt, was das ist. Ja, Hei. Was ist Hei? Ich habe dir mal eine Axt gedroppt. Die nehme ich mir selbst. Du kannst ja schon mal ein bisschen dich verteidigen vielleicht. Ah, Hei ist Heu. Was war eigentlich alles leer? Das ist immer gut, wenn man so Spiel auf Englisch spielt, dann lernt man was, ja. Und es ist so ähnlich. Hoi, Hei. Oder was war es vorhin? Ja, das stimmt. War da nicht noch was vorhin? Äh, Oien. Oder irgendwie so. Ah, das haben sie schon schön gemacht. Guck mal hier, dann geht der Baum auch so ein bisschen kaputt unten und dann kippt er ums. Cool. Oh, der hat einen Knochen innen drin. Guck mal. Ja, Spinat. Ja. Und Gras. Ah, okay. Okay. Da wächst Gras. Ja. Und da ist Gras. Und da ist Gras. Muss man sie gesießen? Guck mal, warte mal. Was brauchst du denn da alles? Hier kann man die Bären auch pflanzen? Weiß ich nicht. Oh, ich bin hungrig, sehe ich gerade. Ich muss was essen. Oh, ich glaube das Fleisch ist, dass man hungrig ist, ja. Kann man Änderbeeren essen. Also wenn ich die jetzt hier, äh, was hab ich denn, hab ich was an Samen? Was brauchst du denn da umpflücken? Oh, Gras-Samen für Gras. Und Spinat-Samen für Spinat. Pferdi, schau mal, du bist ja süß. Oh, mit Heu kann ich dich doch bestimmt füttern. Ja, probier mal. Oh, das ist aber ein schönes Pferd, ja. Ich fand das Weiße noch viel schöner. Aber schau mal, da steht nicht, da steht nicht füttern, wenn ich da drüber... Ja, weil du nichts mit Gras füttern kannst. Ja, aber ich hab Heu. Ja, aber das will er nicht essen. Okay, was will er dann? Schau mal da, am Baum sind so Bären. Schau mal hier. Ich kann die nur selber essen. Schau mal da, hier. Weißt du, du kannst das Gras essen. Nein, die Bären hier kann ich nur selber essen. Nö, ich konnte den Bären geben bei mir. Ja. Ich bin da so hingegangen und dann stand da Vieh. Ja, das war bei mir jetzt nicht so. Ähm. Hab ich jetzt eigentlich die Bären gekriegt? Was sind die denn? Weil ich will ja nur spezielle Bären, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hab auch keine Bären gekriegt. Das ist doch tatsächlich guter. Ja, aber das ist aber cool. Das finde ich eigentlich ganz schön. Irgendwie hab ich Angst, dass gleich die Schatten kommen und mich nicht fressen. Ich frage mich, wie man das Feuer anmacht. Was, ich muss mal Holz reinlegen oder so Gras oder irgendwas. Ja, oder du brauchst wirklich einen Dingsstein, Feuerstein. Ich lege mal ein bisschen Gras jetzt rein. Warte mal. Brake. Gras. Was sind die? So, wo ist jetzt mein Pferd? Mein Pferd ist weg. Oh, wird das dunstig. Eieiei. Oh, da sieht man ja fast gar nichts mehr. Voll nebelig. Ja, gut, am Wasser eigentlich logisch, gell? Ja, schon. Mich würde es interessieren, ob es nicht auf dem Berg dahinter auch so dunstig ist. Oh, der Stock hier sah aus wie eine Eiwechse. Oh, das ist voll gruselig. Das ist viel gruseliger als Don't Stop. Ja, haha. Starok. Starok. Ich hab schon da Hunger. Ich, 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 ich finde, irgendwie müsste es ja gehen. Oh, das wird aber jetzt schon mega dunkel. Wie, wie funktioniert denn so ein Feuer? Das muss doch irgendwie hier Energy, Respond, Cube, Sailing, Facing, Crafting. Steht leider nirgendwo da. Das müssen wir mal so rausfinden, irgendwie. Browsing Food, Browsing Building Materials, Browsing Wacombs und Tools. Was hat was mit dem Feuer zu tun? Wahrscheinlich nicht. Was hab ich denn hier? Was ist denn das? Inventar. Flint. Flint? Ja, schon, aber ich hab ja früher auch mit dem Flint da drauf gehauen und dann ging es kaputt. Ach so, okay. Dann leg den doch einfach mal rein. Meinst du, es geht? Ja, ich hab schon wieder mal, das gibt es ja nicht. Oh ja, ich auch. Ich, ich kann, ich kann da irgendwie nichts reinlegen. Das geht nicht. Nee. Okay. Aber hier steht... Hm. Vielleicht finden wir das ja bis zum nächsten Mal raus, irgendwie. Aber das wär eigentlich nicht schlecht, gell? Jetzt ist es so dunkel, schau, jetzt müssen wir schlafen gehen und bis zum nächsten Morgen warten. Hm. Seltsam. Seltsam. Irgendwann müsste es ja gehen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendwie ein Feuerzeug oder so. Stone? Messer? Hier gibt es zum Beispiel so, so eine Fackel irgendwie. Probier jetzt mal eine Fackel aus, sagen wir mal, um herauszufinden. Wie komm ich überhaupt rein? Wie komm ich überhaupt rein? Ach, mit O? Mit I. Mit I. Wo kommt man wo hin? Ah, O kommt man auf Crafting, I kommt man... Ah. Ah. Aber es ist im Endeffekt das Gleiche. Ja. Also auch die Fackel, die ist nicht an. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und zum Brüllen. Weil ich habe es fallen... Ah, mit C kann man Sachen... Ne, mit X kann man Sachen fallen lassen. Aha. Kann man jetzt auch nicht. Mit V kann man dann die Sachen platzieren, wenn man möchte. Aber das muss ja irgendwie angehen. Ja, das wird man vielleicht bis zum nächsten Mal raus, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Bin ich dafür. Ja, also kurzes Fazit, wie findest du es? Ach, bis jetzt interessant. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel man da jetzt noch so bauen kann und so. Aber theoretisch da muss man sich ja dann auch so ein bisschen hocharbeiten, nehme ich an. Genau, richtig. Irgendwann immer... Im Survival muss man sich hocharbeiten. Im Kreativ kriegst du halt alles dargestellt. Ah ja, okay. So eine Ahnung, was man so und so alles bauen kann, wie weit es geht. Alles mögliche. Okay. Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe... Okay. U-Boot. Ne, U-Boot. Vielleicht ja irgendwann mal. Das kann schon sein. Ähm. Ähm. Was gibt's noch? Ähm. Gebäude... Elektrizität gibt's wohl. Also man kann irgendwie... Ähm. Ja. Sachen elektrizieren irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay. Dann kannst du eine Glühbirne an deinem Feuer machen. Ja. So in etwa. Guck mal jetzt. Habe ich hier irgendwie... Hm. Der Flint in der Hand. Er macht's zwar nicht kaputt, aber... Tut's schon nix. Ähm. Keine Ahnung. Wir müssen mal noch herausfinden, wie das funktioniert. Ja, liebe Leute. Dann... Ähm. Ja. Könnt ihr mal einen Kommentar lassen. Wie ihr das Spiel findet, würde mich natürlich auch interessieren. Was ihr dazu sagt. Und... Ähm. Ja. Ihr könnt gespannt sein. Äh. Was hat er gesagt? Äh. Kann sein. November, Dezember soll das Spiel, äh. Als Early rauskommen. Ähm. Könnt ihr euch drauf freuen. Und, äh. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.